Musik Bist du noch auf Lehrstelle Suche? Denn ich habe mich für eine Lehre als Kauffrau im Reisebüro entschieden. Ich bin Kaia Geburt und habe jetzt gerade ins dritte Lehrjahr gestartet bei Rolf-Meier-Reisen in Neuhausen. In den ersten zwei Lehrjahren war ich jetzt im Tour Operating. Dort habe ich hauptsächlich mit unseren Destinationen gearbeitet, auf die wir spezialisiert sind. Ich habe Hotels gebucht, Mietwagen, alles was zu so einer Reise gehört und was der Kunde verlangt hat. Musik Ich bin Nico Lochrohr und habe gerade mein erstes Lehrjahr im Rolf-Meier-Reisen angefangen. Ich habe mich für diese Lehre entschieden, weil sie sehr vielfältig und anwechslungsreich ist. Nach der Herbstferien darf ich sogar schon auf Studiereisen nach Wales. Also wenn du auf der Suche bist nach einer Lehre als Kaufmann oder Kauffrau mit einer Berufsmatur, dann bewirb dich jetzt, wir freuen uns auf dich. Musik Musik